UU! FETTIP! 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 Maximilian Beister. Rechtsaußen leidenschaftlich und unbekommen. In meiner Zeit in Hamburg habe ich nur gute Erinnerungen mit ihm. Er hat sich natürlich dann im Trainingslager in Abu Dhabi schwer verletzt. Er war jetzt einige Zeit verletzt, aber er kam jetzt wieder ran. Er ist jetzt wieder auf gutem Niveau und von daher gesehen für uns auf jeden Fall eine Topverstärkung. TSV 1860 München. Leidenschaftlich, traditionell und ehrgeizig. 1860 und die Stadt München. Tradition, Kultur und seit Jahren verbunden. Die Mannschaft. Jung, ehrgeizig, wild. Abstiegskampf. Ich weiß was er bedeutet, Nervenkitzel und mitreißend. 1860 und der Klassenerhalt. Muss unser Ziel sein für die Rückrunde. Sehr wichtig für den Verein in Zukunft. Motto? Gemeinsam. Liebe Löwen-Fans, wir zusammen für den Klassenerhalt. Wir hoffen, dass ihr uns in jedem Spiel unterstützen werdet, uns nach vorne schreien werdet. Zum Beispiel nur gemeinsam können wir das schaffen und wir zählen auf euch. 幾KO T發 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR